So, heute gibt es mal normale Mayonnaise, also aus Hühnereiern. Gut. Was geht hier unten ab? Nix. Ich muss nur direkt mal festhalten, du wächst hier nicht. Ach ja, genau, richtig, Steine. Dann ist bestimmt der Stapel voll. Ja, 999, mehr geht wohl nicht. Ähm. Ähm. Ja, sag mal. Machen wir hier nochmal Steine rein. Was soll's. Was soll's. Ja. 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 Schau. Ja. 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 Okidoki. Da unten hab ich doch schon geguckt, da hab ich doch grad was weggemacht. Gut, also im Moment ist das hier alles ziemlich einseitig, ich weiß, aber im Winter ist halt, finde ich, die beste Zeit für die Minen, weil es da nicht so viel gibt, was man tun muss. Ich kann auf jeden Fall bald wieder richtig mit dem Angeln loslegen und Reusen vollmachen bei den ganzen Ködern, die ich hab. Also bei dem ganzen Käferfleisch dann am Ende. So. 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 Aha. Und noch ein Ei. Wie bist du denn in die Situation geraten, hm? Komplett eingebaut. Gibt es mir eine Kirschbombe? Ja. Geil. Geiler Scheiß. Mal gucken, ob ich mit der Kirschbombe... Ah, toll. Ich habe sie damit so getriggert, dass sie sich verpuppt hat. Ich habe damit ihren Tod hinausgezögert. Tut mir leid. Sie hat also auch mehr gequält. Auch das tut mir leid. Ich hatte gedacht, es macht Pumph und die ist weg. Und ihr geht, was für die Kirschbombe. Ja. Wenn ich Kids dort bekomme, will ich mit Kumpel nicht zurückrollen. Ich bin froh, dass er mit Kumpel ausge sur started, aber dann gebe ich also keine Menschen. Mitkont beleid ... Ich bin froh, dass du das hier Act songpahle görst. Ich bin froh, dass du sch aff et du bei dir vous anders hast. Oh, Gift bedeutet, jetzt kommen mir gleich richtig viele von diesen Viechern angeflogen. Oh, die geben mir manchmal auch Kirschbomben. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Oh, geil. Schuss. Das ist wieder so eine Special Ebene. Oh, ein Reißspross. Warum nicht? Die Kamera ist aus. Ich mach sie gleich wieder an. Und zwar jetzt. Ja, sag mal. Sollte sich nicht eigentlich eine Leiter öffnen? Also irgendwo? Ah, okay. Ich verstehe. Ich habe nicht alles gekillt. Okay. Komm doch her. Ich würde immer noch gerne herausfinden, ob es möglich ist, in diesen großen Steinen auch Treppen zu finden. Ich habe leider in der Vergangenheit nicht aufgepasst und weiß daher nicht, ob mir das schon mal passiert ist. Und lege jetzt vermerkt, äh, verstärkt Augenmerk da drauf. Vermerkt Augenstärk. Got you. Got you. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.